sie selbst vor allem und in der Bank als wir uns und die Besucher und vorliegen der Weihau auf wenn die Diener der Kälte ist hallo so wie er die letzte Folge erfreut das ist mein Typ der links ist von euch Prozent Prozent mit dem HW zu tun hatte und wir sind ja immer noch auf der Flucht und da ist eine wunderschöne Stadt und richtig schönes Farber aus der Fülle ich mich wie zu Hause da siehst du nicht soja und jetzt laufend wenn ich mal nicht so könnte auch fällig da will ich mich nicht das ist richtig schönes Farb aus der Städte von sich so ist hohen muss müssen um wir haben die Erden meist die meisten Farben in Amerika nehmen die Knarre vielleicht haben wir dann kriegt geile Knacken nämlich Bullen ab Knallen ich bin nicht Bullenfeindlich aber das wäre schon witzig die Erlehrung k 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 die St. Uf. Farmerin Farmers Lichter Farmer oder Scheiße so schön durch die Fusskammer ich heiße der Gertriff ist nötig erhältlich sich mit dem Kürtel Riesens Obknochen Kappel Armin am Tag der Mappus Riechen Klaus Wicker Mockmann hat es ich bin jetzt erst einigen die klasse ich bin es ja okay dann bin ich jetzt weil wir müssen nicht die ganze Dinge und müssen wir nicht immer das Brutal noch genau Kronen in der Bühne Arie Jolliger Horses Zürich Sturz Sturz ist ein solcher die große BN hier bei der Sekunde wir führen absolut das wollen die Leiter Prozent Leiter in der März zu lernen hier wahrscheinlich nein hier oben wahrscheinlich hier weiß ich nicht ich versuche mal irgendwo hinzustellen hier oben, hier oben ist ein Fenster hier 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 ich habe nur einmal 3 4 drücken da ich möchte ich wollte es ich wollte schön pferdchen ok das ist das ist ein richtig schönes altes der war guckt ich muss um und ich will ich will mich die Sprache oder so was sie ist hier überall die Gatter aufmachen und erntüren das Frieden er mehr Fälle gibt sie wohl nicht ich kann nicht also ich komme das ist ein Verkrieg andere Seite vielleicht am Morgen auf jeden Fall die anderen anderen dort schon ich will die tieren wo noch was ich habe mich in der hake junge dieses wunderschöne ich weiß es ist ich weiß es ist also Jürgen Hammer Alter ja Moin habe ich möchte es können ja ganz auf den Dingern reiten nein du kannst nur sagen wie das sie sich bewegen sollen ja ich hieb hier schon kräftig ja 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 die die ich weiß ich muss es ich hoffe dass diese die es gibt so schnell eröffnet herrungen mit dem kundigen abgleicher der abgesehen er für sich die schotze erinnerung ich kann KB spielen Alter ist das schwer ich hab schon Hut auf ich mag es klar wie zu spielen hier umziehen zum Verkirchen umziehen um mit umziehen das hier und hier ist Kulitzel Stuttgart und er ist wie es die Stadt zu machen das war es nicht aber ich kriege die Klinik im Karten die Städte Städte scheiße glauben scheinens der wässer was zählst groß links der tollen bürger schlafen ich habe das kauft Prozent um er wird der Flinte in der Hand auch gewicke kreislich jetzt ist wenig sein hier nicht vor allem gern sicherer sein weiter look in good die Böse danach dass sie hier waren und wir noch unten vor allem kein Zeitraum wo sind die Getrock Schüttel zwischen den Wohlener Geräte übernehmen das ist schon sehr viel ist safe zum Hauptfluss woanders die durch bis zu bei mir oder für die und wir kommen wieder zu haus Jürgen sollte wenn er er wird mit einem richtigen Rauchen wenn die Trelle denn die Zeit links die Treppe runter dann ist er zu uns um er wollte die OV ich wusste dass es wird mal gar nicht so wie sie aber auch ganz klar und jetzt nach der Welt her hier wird rechnen können müssen wir Ich bin sicher, dass hier irgendwo eine Sparer ist. Ich weiß nicht, Mann. Es ist nicht so, dass wir eine Wahl haben. Wir müssen die Sparer auf den Fuß. Lass uns das abziehen und wir werden hier nicht weg. Okay, gut. Wir brauchen eine neue Strecke. Schauen wir mal, was wir finden können. Ich hoffe, wir können das, um das Auto zu öffnen. Was hast du deine Hand? Ah. Hier ist ein Radkreuz. Wir müssen das mit nutzen. Das ist ein Bruch noch ein Reifen. Ich muss es hochheben. Ja, wow. Macht das noch nicht, wie Bruch noch ein Reifen. Hey, da ist ein Bruch auf der anderen Seite des Bar. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hä, und jetzt? Ich glaube, der händlichen Reifen, nur du musst mich irgendwie darüber bringen. Ich komme wieder runter. Ich komme mal kurz, wo man das macht. Ich weiß nicht, what the fucking hell. Ich weiß nicht, wie ich die da rüberkomme. Ah, hier glaube ich, oder? Hier, nein. Nein. Wie kommt man da jetzt rüber? So, ich baue mal. Ihr ne, klar. Warte, komm schon hoch. Warte, warte, warte. Warte, warte. hallo warum es geht nicht weiter so nach wie vorhin sagt immer weg gehen endlich dran was muss nur den knopf drücken oben drücken weiße das war so schwer kommt so nicht mehr weg jetzt schmeißt er runter jawohl da kannst du ja auch irgendwo runterspringen glaube ich aber warte bevor ich das vergesse hier oben liegt ja noch was das radkreuz ich gehe runter nicht nennen du arschloch oder springt werden wenn sie der kann damit nicht runter springen unterlaufen mal such schon mal irgendwie tank oder sowas okay done now we need something to lift up the pickup to remove the support okay okay great for wheels that's a good start du schieb von händen und man kann okay mit 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 und erfahren und ficken ich hab ja auch nur schrutsche so war auch alles gut so wie man holt es jetzt mit dem tank auf jeden fall aber wenn sie kein ist ja so es ist ja es von tun wir tanken und dann fahren wird in den süden natürlich und diesmal fahre ich verpisse nix da wenn ich noch wenn du hast von das polizei Auto gefahren aber cool aber jetzt nur möchte ich fahren es fehlt auch mit gs fick dich näher sich nicht alt ist ein Arschloch so will ich kann oder nicht mal müssen wir weiter man kann nicht fahren wir sind noch die batterie als im kranium zum laufen bringt ich war so soll man gemacht hat hier mit dem traktor was soll er wird er wird überbrücken schlug der schlug er der hausend ab schluss schluss okay und da hält er lehrt seine waffe absolut hat die polizei auch wenn man nur ein gespräch hier das ist muss ich den schießen jawohl ich fahre aber der schöne farben muss ich sagen für sein alter ja ist doch aber so wie lange nehmen den schnauf noch zwei minuten ja moin ach lol ich muss ich muss fahren das war neu sicher ich will einfach mal einfach mal. Okay, diese Szene noch. Die Szene muss noch. Uff. Scheiße, scheiße. Ja, verpiss dich doch mal jetzt endlich mal. Mauli, Mauli, Macaroni, ey. Boah, dann habe ich aber. Ja, moin. Wofür soll ich gehen? Oh, shit. This is gonna be time. Oh. Boah, man. Okay, ich weiß nicht, ob das richtig war. Wendo. Das ist ein Scherz. Alter, zum Glück, Alter. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wie viele Leute, die war auch scheiße, falsche Richtung. Ich habe bei dir. Ich sehe ja nicht, wo ich langfahre. Ich sehe ja nicht, wo ich langfahre. Abgehängt. So fährt man, Alter. So fährt man. Ich kann ja auch lüften, so. Ja, aber so. Yo, ey, die haben ja reichlich geschossen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was ein Wechser. Besser halten, Alter Schwede. Wie schnell ich bin. Hoch. Ich weiß nicht, ob ich richtig fahre. Was der Typ nennt. Betwort Wie schnell ich oben. Nein, dann. Natürlich. Wow. Renn einfach. W ach. mehr von ihnen, komm zu dem Boot da! So. So. Cut. Jawohl. Ich hoffe ihr hört, es hat euch die Folge gefallen. Lasst ein Like, guckt bei den Kasshofer. Tschüss! So.